So und damit ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Video, heute aus einer etwas anderen Perspektive, nicht aus Minecraft, sondern von meinem Browser aus, denn das ist kein Minecraft Gameplay, sondern das ist ein Tutorial, denn ich wurde jetzt mehrmals danach gefragt, ein Tutorial zu machen, wie man die Mod installiert, die ich spiele, in dem Fall ist es Minecraft Transit Railway und ein paar kleine Extras, die ich für diese Mod installiert habe. Heute zeige ich euch auf jeden Fall, wie man die Mod installiert und wie man dann die ganzen anderen Sachen installiert, die ich habe, wird man sich davon auf jeden Fall ableiten können. Wir starten erstmal hier mit dieser Website, da oben seht ihr oben links, welche Webseiten ihr dafür braucht. Das sind einmal die Website von CurseForge, dann einmal die Website auch von CurseForge, wo man die Mod unterlädt. Und einmal Architecture, das ist ein Zusatz, den man braucht für die Minecraft Transit Railway Mod, ohne die die Mod nicht funktionieren würde. So, wir beginnen erstmal hier. Erstmal brauchen wir eine Plattform, von der wir da spielen, denn es ist nicht so, dass wir einfach unseren Minecraft Launcher öffnen und das Spiel starten und wir haben es. Nein, es geht etwas anders. Und zwar, wir laden erstmal diese Plattform runter, je nachdem welches Betriebssystem ihr habt, geht ihr hier auf Windows oder auf macOS. In meinem Fall gehe ich jetzt auf Windows und es lädt sich hier unten links der Installer runter. Da drücken wir jetzt drauf, drücken auf Ja und jetzt seht ihr erstmal nichts. Das liegt aber auch daran, dass sich bei mir der Installer geöffnet hat. Den werde ich aber auch jetzt ganz schnell schließen, denn ich brauche ihn nicht. Ich habe ihn bereits installiert, aber bei euch sollte dann auf jeden Fall sich das Teil installiert haben. So, kleine technische Störung an der Stelle. Jetzt geht es auf jeden Fall weiter. So, ihr solltet dann das Ganze runtergeladen haben und dann sollte es bei euch ungefähr so aussehen. Ich starte das mal bei mir. So, dann haben wir hier eine Plattform. Das sieht dann bei euch so aus. Dann richtet ihr alles ein, sorgt dafür, dass ihr hier oben links Minecraft habt. Wenn ich mich richtig erinnere, sollte es bereits da sein, wenn ihr Minecraft korrekt auf eurem PC installiert habt. Dann drückt ihr hier drauf und dann seht ihr dieses Fenster. Bei euch wird hier nichts stehen, wo ich jetzt mit der Maus drüber gehe. Bei euch wird hier alles schwarz sein. Das sind nämlich alles Profile. Ihr macht jetzt folgendes. Jetzt liegt es so ein bisschen an euch. Ich gehe jetzt erstmal in den Browser zurück. Genau, einmal hier. Ihr geht jetzt auf diese Website. Alle diese Webseiten, die ich jetzt verwende, sind in der Videobeschreibung verlinkt. Das heißt, am besten vor dem Video geht ihr auf alle Links und macht sie euch in verschiedenen Tabs offen, damit ihr mir ganz einfach folgen könnt. So, dann gehen wir hier einmal auf Files. Und jetzt liegt es an euch, welche Version ihr spielen wollt und welchen Launcher bzw. welche Anwendung ihr dafür verwenden wollt. Forge oder Fabric? Das müsst ihr nicht ganz verstehen, was es ist. Auf jeden Fall, wenn ihr mir folgt, dann wird das sich von alleine erklären. So, ich empfehle euch allerdings Forge. Das ist viel stabiler als Fabric und funktioniert einfach besser und ist weiterentwickelter als Fabric. Ihr geht hier rechts. In meinem Fall jetzt würde ich einfach das machen, was ich auch im Moment spiele, die 1.18. Das ist die Version, die ich verwende. Auch wenn hier steht 1.18.1, das spielt in dem Fall keine Rolle. Ich spiele es dennoch auf 1.18 und es funktioniert am besten. Und ja, ihr drückt hier Download by Forge. Und dann wird das Ganze runtergeladen. Es gibt auch eine andere Option, das ist einmal hier auf Install zu drücken, um das Ganze direkt über Chorus Forge zu installieren. Das werde ich aber nicht zeigen. Ich zeige euch die Variante, die ihr auch auf andere Mods übertragen könnt. Denn man kann nicht alle Mods über Chorus Forge runterladen, sondern man muss viele Mods auch manuell installieren. Was wir jetzt tun werden. So, das lädt sich hier runter und während sich das Ganze runterlädt, werden wir ein neues Profil erstellen. Wir erstellen hier ein Profil und das nennen wir, wie wir wollen. Ich nenne das mal TutorialMTR. Und jetzt einmal ganz wichtig. Ihr geht hier rein und wählt die 1.18 aus. Dann wählt ihr Forge aus. Links, das wird hier standardmäßig drinstehen. Und jetzt drückt ihr auf Create. So, jetzt geht ihr einmal rechts und auf Open Folder. Einmal kurz zum Verständnis. Ihr macht Rechtsklick auf das Profil und drückt auf Open Folder. Dann erscheint dieses Fenster. Hier ist noch nicht viel zu sehen. Das ist jetzt der Ordner von eurer Instanz. Sobald ihr in das Game reingeht, werden hier eure Saves, also eure Welten und alles mögliche auftauchen. In dem Fall spielt jetzt nur dieser Ordner eine Rolle. Da gehen wir drauf und da ist im Moment noch nichts drin. Das ändert sich aber ganz schnell, indem wir einmal in unseren Browser gehen. So. Und laden einmal, das habe ich ganz vergessen. Wir gehen nochmal auf Architecture. Und machen da genau das gleiche. Wir gehen auf Files. Und laden uns einfach für Forge die neueste Version runter, für die 1.18 genau das gleiche. So, das lädt sich jetzt runter und nachdem sich das Ganze runtergeladen hat, sehen wir die beiden hier unten. Dann machen wir Linksklick auf diese Datei, gehen rüber in diesen Mods-Ordner und packen einfach die MTR-Mod hier rein. Das gleiche machen wir mit Architecture. Die machen wir da auch rein. Und jetzt möchte ich etwas sagen, was allgemein gilt und zwar Mods sind in der Regel Dateien mit der Endung .jar. Das sind Java-Dateien. Alle Mods sind programmiert mit JavaScript, beziehungsweise mit Java, genauso wie Minecraft. Minecraft ist auch programmiert in der Programmiersprache Java. Genauso wie die Mods, das heißt, die haben immer eine Endung .jar. Und diese Dateien sind Mods. Mit denen müsst ihr nichts anderes machen, außer in den Mods-Ordner eurer Minecraft-Instanz zu kopieren. Da macht ihr die rein und fertig. Mehr nicht. Es gibt eine Ausnahme bei Optifine. Da müsst ihr draufdrücken und die Datei ausführen. Aber das liegt an euch und Optifine hat da ein eigenes Tutorial für. Ich beziehe mich jetzt nur auf Mods, die man manuell installieren muss bei Forge. So, wir haben jetzt diese beiden Mods installiert und eigentlich war es das schon. Jetzt gehen wir auf Play. Und jetzt öffnet sich ein Launcher, der ganz normale Minecraft-Launcher. Bei mir ist es noch der alte. Und jetzt haben wir hier unsere Version. Die lassen wir einfach so, wie sie ist und machen einfach nichts damit. Und drücken auf Spielen. Dann kommt hier irgendeine Warnung. Und das Spiel startet jetzt. So, und das war es auch. Einmal in eigener Sache möchte ich kurz erwähnen. Ich verwende natürlich nicht nur die MTR-Mod, sondern ich verwende auch noch das Plugin, beziehungsweise die Mod WorldEdit, um schneller und einfacher bauen zu können. So wie auch mehrere Plugins von der Mod selber, die es allerdings nur auf dem Discord gibt. Ich werde zum Discord und zu den ganzen anderen Sachen, die ich mache, einen Link reinpacken. Und bei mir ist das Spiel abgestürzt. Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass ich eine falsche Forge-Version gewählt habe. Darauf müsst ihr achten. Ich habe jetzt einfach nur die erste genommen, die es gab. Sonst probiert euch einfach mal ein bisschen rum. Mal eine neuere, mal eine ältere Version runterladen. Ach ja, ich weiß schon woran es liegt. Es liegt wahrscheinlich hier ran. Obwohl, ja genau, hier hat wahrscheinlich die andere, die hier runterladen sollen. Genau, ihr müsst einmal diese Version von Architecture herunterladen, damit es korrekt bei euch funktioniert. So, ich werde alle Links reinpacken zum Discord auf den ganzen Servern, die dort sind. Hauptsächlich auf dem MTR-Server findet ihr Verlinkungen zu weiteren Servern, wo die ganzen Plugins und Add-ons für die Mod sind. Und die installiert man genau gleich, so wie ich das euch gezeigt habe. Einfach die .jar-Datei in den Mods-Ordner reinkopieren und das war's. So, da könnt ihr das Ganze runterladen und das war's auch. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch irgendwie helfen. Wenn ich was übersehen habe oder wenn bei euch irgendwas nicht funktioniert, schreibt mir das in die Kommentare. Ich werde euch auf jeden Fall weiterhelfen. Und wenn alles gut läuft, sehen wir uns im nächsten Video. Das wird dann ein Minecraft-Gameplay sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.